Matthias Mann Japanen 29. September 1983, 1, in Langen, bürgerlich Matthias Feller, ist ein deutscher Reality-TV-Teilnehmer. Der Deutsch-Italiener ist in Hessen geboren und aufgewachsen. Nach der Realschule wechselte er in ein Wirtschaftsgymnasium und arbeitete danach als freier Handelsvertreter, bis er 2004 eine Friseurlehre in Darmstadt begann. Dort lernte er Hubert Feller kennen, den er am 8. Mai 2018 heiratete, 2, seit 2010 wohnen die beiden in Hammelburg, wo Mann Japaner in Felles Reisebüro arbeitet. Mann Japaner war oder ist Darsteller in Vox-Serien wie Ab ins Beet, 3, oder Hot oder Schrott. Gemeinsam mit seinem Verlobten erreichte er 2017 in der TV-Show Das Sommerhaus der Stars den dritten Platz. 2018 belegte er in Dschungelcamp den fünften Platz. Im gleichen Jahr zeigte Vox in der sechsteiligen Doku Sob Hubert und Matthias, die Hochzeit die Hochzeitsvorbeitungen. Album Singles Punkt